Birgit, du hast ja gestern Kallers angeguckt. Was hat dir besonders gut gefallen? Also gut hat mir gefallen, dass es wirklich schöne Bewegungen waren. Die Tänzerinnen und Tänzer haben wirklich ausgefeilt, getanzt. Das war einfach vom Optischen sehr ästhetisch und es war auch von den Gefühlen her alles dabei. Drama, auch was Lustiges, ruhige Momente. Das war wirklich schön und abwechslungsreich. Gab es auch was, was dir nicht so gut gefallen hat? Ja, also es ging ja um Maria Kallers, die Opernsängerin. Und die wurde vom Band eingespielt und das war teilweise, wenn es laut wurde und in die Höhen ging, war es doch ein bisschen arg scheppernd, weil es halt eben historische Aufnahmen waren. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Nachbearbeitung gewünscht. Wem würdest du diese Art von Theater empfehlen? Also schön ist es für Leute, die gerne optisch einfach etwas wahrnehmen und sich auf Dinge einlassen können. Also man muss schon mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, sich ein bisschen darauf einlassen können, was will mir derjenige gerade sagen. Es ist halt Tanztheater, es wird halt nicht gesprochen. Und wenn man Lust hat, da so ein bisschen ranzugehen und sich da einfach mal darauf einzulassen, ist das wirklich sehr schön.